UNTERTITELUNG Sie? Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Mein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten? Hier ist Schrift. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Stand unterwegs. Anke Schrift. Hab deinen Dickschädel vermisst? Oh ja. Ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schrift. Wo ist er? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pilio orteten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Dell. In den Schiff's Logs habe ich damit das gefunden. Also vor Pilio war Dell auf Atula. Einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Schrift, nimm Kurs auf Atula. Ja. Herr Corvus, endlich. Haben Sie die Leute auf Pilio gefunden? Halt, wo ist Dell? Dell ist nicht hier. Hat er Sie geschickt, um uns zu helfen? Die Ginata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Ginata-Sicherheitsschiffe. Glebs-Truppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Riff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Zay. Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist so weit. Komm in den Hangar. Der Atulana hat gesagt, die Ginata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Clebs sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. Was ist der Plan, Alpen? Kannst du die Corvus längs seit der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen. Aber nicht beide. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Unterschuss, Mom. Keine Sorge, Mom. Hab eine Menge von dir gelernt. Wir müssen die Sternenjäger ausschalten. Ich warte auf dich. Wir müssen die Sternenjäger ausschalten. Ich warte auf dich. Großartig. Weiter so, Mom. Laut den Scannern sind die Transporter fast leer. Die Selbsttropen verschleppen Anschalt Antulana und bringen sie auf die Transporter. Erwischt! Greifen uns diese Transporter etwa an? Hahaha. Es gibt heute praktisch nur noch verwaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Seh, zu mir. Wir erledigen die Transporter. Die Transporter werden zu einem Problem. Schalten wir sie gemeinsam auf. Demonst Figure experimentieren, dass wir die Ausbildung über die Kranien verweilen oder machte. Das ist einiger Wettbewerb. Diesen Wettbewerb. Der Wettbewerb. Greifen wir die Ausbildung. Das ist einiger Wettbewerb. In einiger Wettbewerb. Das war's. 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 Das war's.